Unsere schönen Wälder oder das, was wir noch Wald nennen, bezeichnet Helmut Jansen als Waldreste. Wieso? Mittels künstlich angelegten Wäldern und der Forstwirtschaft sind wir weit davon entfernt, tatsächlich noch einen richtigen Wald vorzufinden. Natürlich ist es uns als Netzwerk der Landsitzliebe eine Herzensangelegenheit, auf diesen für uns alle wichtigen Thema hinzuweisen. Helmut Jansen hat sogar ein ganzes Buch darüber geschrieben. Um was genau geht es in diesem Buch? Es gibt Erkennungsmerkmale in der Tier- und Pflanzenwelt, die darauf schließen lassen, einen gesunden und kräftigen Wald vor sich zu haben. Fehlen diese Tiere und Pflanzen als Anzeiger der Vitalität eines Waldes, beschreibt Herr Jansen, was dann zu tun ist. In seinem Buch Bush Vitality Assessments gibt Herr Jansen dir dienliche Hinweise, wie du selbst diese Anzeige bestimmen kannst und wie du die Vitalität eines Waldes wiederherstellen kannst. Das Buch ist auf Englisch geschrieben und in Neuseeland erschienen. Helmut hat das Vorwort für uns übersetzt und ich habe es für dich eingesprochen. Unterstütze unsere Erde und helf mit, wieder vitale Wälder auf ihr hervorzubringen. Für uns und nachfolgende Generationen. Es ist tatsächlich möglich, mit den Hinweisen aus dem Buch Bush Vitality Assessments jeden Wald in seinen ursprünglichen Zustand wieder zurückzuversetzen. Stelle dir vor, überall auf unserer Erde wieder gesunde, vitale und kräftige Wälder vorzufinden. Wunderbar! Ich halte das Buch von Helmut Jansen für die Innovation, unsere Wälder wieder intakt zu bringen. Ich wünsche dir viel Freude beim Anhören des Vorworts aus dem Buch von Helmut Jansen Bush Vitality Assessments. Bestellen kannst du es direkt bei ihm. Dazu blenden wir die Kontaktdaten jetzt hier ein. Alles Liebe wünscht dir deine Landsitzliebe und viel Spaß beim Zuhören wünscht dir deine Arni. Vorwort Waldlebenskraftbeurteilung wurde erstellt, um den Menschen bei der Pflege und Bewirtschaftung einheimischer Restwälder zu helfen. Unsere Restwälder sind ein wesentlicher Bestandteil unserer Landschaft und auch wichtig, um das Überleben unserer einzigartigen einheimischen Pflanzen und Tiere zu sichern. Dieses Buch vereint eine Fülle von wissenschaftlichen und praktischen Erkenntnissen, um Landbesitzern und allen, die ein Interesse an nahegelegenen Waldresten haben, dabei zu helfen, schnell und einfach die ökologische Gesundheit dieser Waldgebiete zu bestimmen. Die Bewertung der Bush Vitalität, die den ersten Teil bildet, beschreibt, worauf wir achten, nach was man suchen soll und warum und wie man das, was man im Wald sieht, interpretiert. Da es aber nicht genug damit getan ist, den Gesundheitszustand eines Waldrestes zu kennen, gibt der zweite Teil eine Anleitung, wie man die Waldgesundheit verbessern kann. Er bietet einfache und robuste Instrumente zur Bewertung der Widerstandsfähigkeit von Ökosystemen und zur Unterstützung von Landbesitzern bei der Umsetzung weiser und nachhaltiger Waldbewirtschaftung. Dies hilft Landbesitzern, Buschflächen zu schaffen, die auch in fünf, zehn oder mehr Jahren noch lebendig sind und ein wichtiger Bestandteil unserer Landschaft bleiben. Bereits im ersten Jahr nach der Veröffentlichung wurde die in der ersten Auflage des Buches dargelegte Herangehensweise von vielen Menschen aufgegriffen, die es einfach mal ausprobieren wollten. In der vorliegenden überarbeitenden Ausgabe werden einige Punkte vertieft, insbesondere das Kapitel über Anpflanzung einheimischer Bäume. Es gibt ein reges und wachsendes Interesse bei Maori, der Bauernvereinigung Organisation Zwecksschutz einheimischer Wälder wie QE2 und lokaler Behörden, Programme zur Wiederbewaldung durchzuführen. Alle erkennen das nachhaltige Entwicklungspotenzial des Anbaus einheimischer Bäume, um für künftige Generationen echte Wertschöpfung zu generieren, um die Produktivität des Landes langfristig zu sichern und zu optimieren, um die Menschen des Landes wieder mit dem Land zu verbinden und die Lebenskraft des Waldes wiederherzustellen. Viel Spaß mit meinem Buch! Wünscht dir Helmut Jansen